Liebe Neu-Hiesenburger, wie Sie sehen können, bin jetzt auch ich unter die Strome gegangen. Ich habe einen Elektro-Smart hier für meinen Wahlkampf, vielleicht darüber hinaus, als künftiges Dienstfahrzeug, muss man mal sehen. Aber ich sage Ihnen, was nützt das schönste Elektroauto, wenn es keine Ladeinfrastruktur gibt? Wir haben in Neu-Hiesenburg zu wenig Ladeinfrastruktur. Und deshalb setze ich mich ein als Bürgermeister für eine Verbesserung der Elektro-Ladeinfrastruktur und vor allen Dingen auch für smarte Ladestationen. Zum Beispiel an Straßenlaternen, das wäre doch was, weil Elektromobilität dann stattfinden kann, wenn wir auch die Infrastruktur haben. Dafür setze ich mich ein. Am 26. September, Tino Seibel, Ihr Bürgermeister für Neu-Hiesenburg.